Das ICP in München ist eine Stiftung zur Förderung und Integration von Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung. Es bietet eine Vielzahl an Ausbildungsberufen, wie unter anderem aus dem Bereich der Informationstechnik. Mein Name ist Robert, ich bin 20 Jahre alt. Ich bin in der ICP München seit 2017. Und momentan bin ich in der ersten Lehrjahr der Fachpraktiker zur Informationstechnologie. Im IT-Bereich bin ich fasziniert von der Programmierung, wie die ganzen Codes dann geschrieben werden. Was für einen Effekt hat die Code dann in der Animierung quasi die Effekte von der Programmierung getan? Eine Ausbildung im IT-Bereich bietet viele Perspektiven. Es ist ein Beruf, der in vielen Betrieben seinen Platz findet. Wer technikbegeistert ist und gerne mit Computerprogrammen und im Team arbeitet, findet hier ein ideales Berufsfeld. Das Besondere bei der IT-Ausbildung innerhalb des ICPs ist einfach die Individualität der ganzen Teilnehmer, die trotz einer Behinderung schaffen, hier den Vollberuf zu erlernen und später dann auch am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Also es freut mich schon, dass ich mal selbst auf meine eigenen Beine stehen kann, dass ich halt sicher und selbstständig meine Sachen durchführen kann. Also es ist eine Art rail-laufen, eine Diabkpieza, Tomenie, in der tatsächlich gespielt hat , sagen, dass ich es für eine Strategie zurückziest ins Autor根 trying zuVA auto scheinen,